hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality auf der grünfelder land und ich sehe hier gerade die bretterpaletten sind voll so wo ist jetzt die poldergabel oder habe ich gar keine mehr das könnte natürlich auch sein dass ich die verkauft habe aber das wäre natürlich ziemlich dumm eigentlich bin ich der meinung ich habe nur eine ich werde mal gerade manitou hier ein paar bretterpaletten einlagern in die palettenproduktion müsste ich auch mal putzen und er braucht ein service alter der bräuchte eigentlich dringendst ein service so ich probiere mal wieder zwei paletten auf einmal zu nehmen das geht noch mal weil der lade des ladekrieg gitter hier relativ hoch ist und dann hoffe ich mal dass ich wie gesagt die poldergabel relativ bald wieder finde ist denn nämlich leider nicht wo ich die versteckt habe ich meine ich habe sie zuletzt hier verwendet oder sie liegt noch im wald 14 oder ich habe sie doch verkauft muss ich mal in meine inventar liste reinschauen was ich denn alles für zeug habe bis jetzt weil es kann ja nicht sein dass das ding weg ist mal gucken das ist so ja 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 ich das ist Das wird ja nicht richtig geladen, die Palette. Ich muss mal gleich gucken im Inventar, ob die noch irgendwo eingetragen ist, die Poltergabel. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich spinne die Gangschaltung ein. Ich spinne die Gangschaltung ein. Ich spinne die Gangschaltung. Ich spinne die Gangschaltung ein. Ich habe noch eine Poltergabel. Zwei Palettengabel, eine solche. Das ist nur die Frage, wo ich die hingelegt habe. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte sie hier abgelegt. Aber das ist nicht so. Wo habe ich die Poltergabel abgelegt? Also die einzige Möglichkeit könnte eigentlich nur dann noch im Wald sein. Aber ich könnte auch vorher nochmal an den Hof fahren und gucken, ob sie vielleicht doch da liegt. Bevor ich nämlich dann in den Wald war und dann wieder zurück auf den Hof und hin und her. Aber hier liegt sie glaube ich nirgends. Ne, ich sehe sie nicht. Und wo hatte ich denn die zuletzt, ey? Könnte auch am Hof liegen. An der rechten Seite vom Hühnerstern. Na, ich werde mal gucken. Und wenn nicht fahre ich in den Wald und dann hoffe ich, dass ich sie da finde. Hier liegt auch nichts. Da ist ein Gewicht. Da ist die Palette Bier. Ist auch nichts. Jetzt. Eine Option wäre, dass ich eine Suchanfrage an die Polizei rausgebe. Dann, wenn ich sie jetzt nicht finde. Weil das wäre ja schon sehr ungeschickt. Aber ich hoffe mal, dass sie da vorne noch im Wald irgendwo liegt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie sonst irgendwo oder wo die sonst liegen könnte. Weil ich habe sie im Wald benutzt und sonst eigentlich nicht. Ich hoffe mal. Aber ich habe die auch nicht gesehen, als ich den Ding geholt habe. Den Scorpion King. Da habe ich die gar nicht gesehen. Ich weiß auch nicht. Nee, wurde ja aufgefrostet. Nee, die ist weg. Ey, so ein Mist aber auch. Wo ist die denn? Was ist die? Habe ich die vielleicht beim Kartonwerk hin gelegt? Macht aber eigentlich auch keinen Sinn. Guck mal beim Hacker, ob es da hier rumliegt. Guck mal beim Hacker, ob es da hier rumliegt. Nee. Nee. Nee, so ein Mist. Der hat ja nichts vorne dran, oder? Nee, der hat nichts vorne dran. Also da ist sie nicht. Wo ist das doofe Ding? Im Wald hatte ich sie auch nicht. Also ich habe sie auf jeden Fall zuletzt benutzt. Im Wald. Klingeling. 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 Ja, äh. Volker Varuna. Ja, hallo. Mega, schönen guten Tag. Hallo. Ähm. Ich vermisse ein Gegenstand von mir und würde deshalb gerne eine Anzeige erstatten. Ja. Vielleicht können sie sich ja mal, vielleicht finden sie das ja irgendwo. Wo befinden sie sich denn gerade? Ich bin jetzt gerade im Kartonwerk. Ich suche eine, oder mir ist abhandengekommen, eine grüne Stoll Poltergabel. Eine grüne? Ja, für den, äh, für den Frontlader Traktor. Warten Sie einen Moment, ich schiebe mir das einmal. Stoll, sagten Sie, ne? Ja, glaube ich. Moment, ich gucke gerade nochmal in meine Datenbank rein. Ist ja mit der Technik heute ganz einfach. Ja, genau. Stoll Poltergabel. Grün. Irgendwas besonderes an dieser Gabel, was ich wissen muss? Grün. Ja, hab ich. Also John Deere grün. Haben Sie? Hab ich. Wo haben Sie die denn das letzte Mal gesehen? Ja, das ist eben die Frage, das weiß ich leider nicht. Das hätte mir jetzt gut weitergeholfen. Ähm, ich meine, ich habe sie zuletzt im Wald 14 gehabt. Ich war jetzt schon im Wald, ich war im Sägewerk an meinem Hof, habe sie aber leider nirgends gefunden. Deshalb vermute ich, dass die irgendeiner gestippitzt hat. Mhm. Kann aber auch sein, dass ich mich irre und nicht sie einfach verlegt habe. Das weiß ich halt nicht. Ja, ich bin zufälligerweise in der Nähe von den Wäldern. Ich kann ja mal eben nochmal kurz gucken. Vielleicht finde ich sie ja. Ja, wenn sie sie finden, wäre es super. Ja. Dann, ups. Äh. Ah. Na. Na. Was ist denn jetzt los? Sollte vielleicht auch die richtige Einfahrt reinfahren. Jetzt wollen die Schläuche nicht mehr drangehen. So, ihr müsst. Ähm. Okay. Gut, dann bis später vielleicht. Ja. Ciao, ciao. Tschüss, danke. Bitte. Na, vielleicht findet der sie ja. Warum geht denn der Schlauch jetzt nicht dran? So, jetzt. Könnte ich hier nämlich gerade mal ein paar Hackschnittsglies nochmal reinwerfen. Dann fahren wir den Anhänger gleich mal runter. So. Dann machen wir wenigstens das als sinnvolle Tätigkeit. Das gibt's ja nicht. Ich weiß absolut nicht, wo ich die Poltergabel hingelegt haben soll. Naja, schauen wir mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. .